Ein wunderbarer Tag für einen Museumsbesuch. Ein prächtiges Wetter, um in der Vergangenheit zu stromehren. Die Erforschung vergangener Zeiten beginnt jetzt. Die Frau, die ich getroffen hatte, hatten alle gleich ausgesehen. Fast alle hielten mir, bevor sie sich verabschiedeten, feministische Vorträge, in denen Worte vorkamen wie Weißer Einzelmeer, Patriarchat, toxische Männlichkeit. Ich habe keine Freunde, denke ich, während ich meine Testikel rasiere. Ja, falls es unverhofft zu Oralverkehr kommen sollte. Ich sehe uns von oben, zwei sich fremde Menschen in klaren Alters, die sich ihrer Kleidung entledigt haben und nun nachstellen, was sie im Netz an Vorbildern gesehen haben. Millionen Frauen liegen herum, starren an Ockerfarben in Zimmerdecken und denken, Dann bist du endlich fertig. Tschüss! Musik 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 Vielen Dank.